Ich möchte Ihnen jetzt anhand eines Beckenarterienverschlusses, den wir wieder eröffnet haben durch eine Ballondilatation, zeigen, was wir mit den Stents machen und warum wir von einem Kissing-Stent-Manöver reden. Sie sehen hier eine Aorta, das ist das Ende der Aorta, etwa in Bauchnabelhöhe, die teilt sich hier in zwei Beckenarterien. Wir sehen aber hier nur die rechte Beckenarterie, die linke ist hier verschlossen. Wir gehen jetzt hier mit Drähten von beiden Seiten vorsichtig durch den Verschlussprozess auf der linken Seite und würden dann, und haben das auch in diesem Fall gemacht, in dem Bereich hier wieder Stents einbringen. Das heißt hier, das ist wieder offen durch Ballondilatation, Vordilatation, Erweitung mit einem Ballon und dann anschließend einbringen eines Stents, den ich mal hier jetzt rot einmale. Und damit dieser Stent daher aufgedehnt wird, die andere Seite nicht zudrückt und die andere Seite hat hier auch an der Stelle etwas Kalk, machen wir auf der anderen Seite auch gleich einen Stent rein. Das macht man eigentlich immer regelhaft im Bereich dieser V-förmigen Endung der Aorta, damit der eine Stent den anderen Stent nicht zudrückt. Hier sehen Sie das Endergebnis. Hier ist die rechte Seite mit Stent versorgt und hier die linke Seite wieder eröffnet, auch mit Stent versorgt. Und die beiden Kissing-Stents bewirken jetzt, dass das eine eröffnete Lumen das andere nicht einengt. Im Weiteren ist für den Patienten nur noch nötig, dass er seine entsprechenden Risikofaktoren einstellt und die von uns verordneten Medikamente nimmt.